Was ist Otto K. Dorma? Otto K. Dorma ist ein literarischer Held einer Kinderbuchserie von, ja, eigentlich Otto Häuser, der aber seinen eigenen Namen verfremdet hat, den Otto K. Und Häuser, Dorm, heißt russisch Haus, Dorma, Häuser. Otto K. Dorma ist Otto Häuser. Otto K. Dorma ist ein renitenter, witziger Junge der 70er Jahre, der in der DDR lebte, sich mit allen möglichen anlegte, seinen Eltern vor allen Dingen aber auch in der Schule anlegte. Er war Mitglied der Pionierorganisation, aber er war auch ein renitenter Junge. An einer Stelle eines Buches, das hieß das erste von ihm, der brave Schüler Otto K., heißt es zum Beispiel, seitdem Herr Burschelmann, sein Lehrer, mitbekommen hat, dass ich besonders gern das tue, was verboten ist, verbot er mir auch das Lernen. Meine Leistungen sind seitdem viel besser geworden. Das war so der Humor von Otto K. Dorma und auch, ja, der Spirit, würde man heute sagen, der Spirit von Otto K. Dorma. Große Unterschiede zwischen Alfons Hitterbacke und Otto K. Dorma würde ich gar nicht ziehen. Ich würde eher sagen, ja, Alfons Hitterbacke ist ja ein Kind der Endfünfziger- und Sechzigerjahre, spielt sozusagen in einer anderen gesellschaftlichen Umwelt der DDR. Der Autor, Gerhard Holzbaumert, mag sicherlich auch ein bisschen, ja, ich sag mal, am Ende gewesen sein, mit seinen Ideen, was Alfons Hitterbacke betraf. Und das war jetzt eben halt auch die Chance für ein ähnliches Buch, für einen ähnlichen Haupthelden, eben Otto Gardoma bzw. Otto Häuser, diese Lücke zu füllen. Und insofern würde ich beide Kinder in ihrer gesellschaftlichen und hier literarischen Welt also durchaus als Brüder bezeichnen. Ja, das ist, glaube ich, sehr schwer. Ich meine, verstehen werden diese Bücher vor allem Erwachsene, die möglicherweise diese Bücher während ihrer Kindheit oder frühen Jugend in der DDR gelesen haben. Aber der Geist lebt ja weiter. Es sind ja in den letzten drei, vier Jahren, ich glaube 2019, ist ein neuer Alfons Hitterbacke-Film in die Kinos gekommen. Und jetzt dieser Tage kommt ein weiterer neuer Hitterbacke-Film in die Kinos unter dem Namen Alfons Hitterbacke. Jetzt geht's auf Klassenfahrt oder so ähnlich. Das ist natürlich immer so. Die Kinderbücher spielen in einer bestimmten gesellschaftlichen Umgebung, sprich DDR. Wenn man natürlich heute diese Bücher heutigen Kindern gäbe, hätten sie sicherlich auch Freude daran. Und die ein oder andere Frage, die vielleicht auftritt zu Begrifflichkeiten, zu Begebenheiten, zu gesellschaftlichen Organisationen, wie auch immer, die kann man ja immer gerne mit Oma und Opa besprechen dann. Wie ideologisch Kinderbücher in der DDR in den 70er und 80er Jahren waren, das lässt sich natürlich sehr, sehr, sehr schwer beschreiben, beantworten. Aus meiner Kenntnis, auch aus der Begegnung mit DDR-Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die für Kinder und Jugendliche gelesen haben, ging es bei den Autorinnen und Autoren weniger um die Erziehung politischer Partei- oder Pioniersoldaten, sondern es ging im weitesten Sinne so darum, wie sich auch Literatur versteht, eben als Schilderer, als Beschreiber von Lebenswelten der Kinder. Es ging um Humor, es ging um Lerneffekte natürlich auch, es geht auch um das Hinterfragen von gesellschaftlichen Problemen. Dennoch muss man natürlich sagen, dass natürlich ein Großteil der DDR-Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die im Lande blieben, auch mit dem System verbunden waren, mit dem politischen System der DDR. Allerdings nicht selten in kritischer Distanz oder in kritischer Haltung und in der Hoffnung auf Besserung, auf Liberalität, auf Veränderung, die sich ja ab 1985 in der Sowjetunion unter Mikhail Gorbatschow auch zeigten. Aber wie wir wissen, hat die Führung der DDR, die Führung der SED, auf diese Neuerungen nicht reagiert, beziehungsweise negativ reagiert. Im Pionierpalast Ernst Thälmann, den es Gott sei Dank heute immer noch gibt unter dem Namen Freizeit- und Erholungszentrum in der Berliner Wuhlheide, nebenbei gesagt, wie ich heute las, also eines der größten europäischen Freizeitzentren für Kinder und Jugendliche überhaupt, spielte Literatur eine sehr große Rolle. Das Haus ist ja 1979 zum 30. Jahrestag der DDR eingeweiht worden. In der Abteilung, in der ich tätig war, die nannte sich Gesellschaftswissenschaften, Literatur und Film, waren allein drei Pädagogen, drei Deutschlehrer, drei Germanisten, hauptamtlich dafür zuständig, Literatur für die Kinder und Jugendlichen, für die Jungen und Mädchen, ich sage mal, im weitesten Sinne zu organisieren. Da ging es einmal darum, Arbeitsgemeinschaften zu entwickeln, in denen Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit Kindern und Jugendlichen zusammenkommen. Es gab eine Arbeitsgemeinschaft Hörspiel, es gab eine, also mehrere Arbeitsgemeinschaften, Schreibende, Kinder und Jugendliche, die Gedichte verfassten. Und das waren keine Lobeshymnen, also auf die SED oder die Pionierorganisationen, sondern in den Gedichten, die dann auch in kleinen Broschüren veröffentlicht wurden. Also ging es um die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen, um ihre Probleme, um die Schilderung von Natur, von Arbeit, von Konflikten. Und der Höhepunkt in jedem Jahr war ein großes Literaturfest. Also mit tausenden Teilnehmerinnen, mit Besuchern, das fand am Wochenende statt, Samstag, Nachmittag und Sonntag den ganzen Tag über, wo vor allen Dingen das Zusammentreffen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern mit Kindern und Jugendlichen organisiert wurde. Also der direkte Kontakt, die Lesung, die Vorstellung neuer Manuskripte, die Kinder lasen ihre Gedichte. Oder es gab Bühnenstücke, Theaterstücke, wo literarische Stoffe verarbeitet wurden. Also ein großes Begegnungsfest von Kindern und Jugendlichen mit den Schreibern. Und das war, ich glaube, da haben eben also wirklich alle Beteiligten einen sehr großen Input gehabt. In den letzten Jahren, während Corona uns ja auch etwas lähmte, andererseits auch etwas mehr Zeit verschaffte, habe ich eigentlich mich mit Thomas Mann und seiner Familie beschäftigt. Und das hatte man zwar auch im Literaturunterricht an der erweiterten Oberschule, Mario und der Zauberer, aber so tiefgreifend habe ich mich damit gar nicht beschäftigt gehabt. Und ja, da war auf alle Fälle die Familiengeschichte der Buddenprox, was mich sehr beeindruckt hat. Vor allen Dingen, weil das Thomas Mann in jungen, jungen Jahren schrieb. Also der war Anfang 20 und hat dieses Werk, die Buddenprox, geschrieben, wofür er dann später auch für dieses Werk den Nobelpreis bekommen hat. Aber was mich auch sehr, sehr stark interessiert hat, das war in dem Memoiren seines Sohnes, der uns in der DDR und möglicherweise auch in der Bundesrepublik überhaupt bekannt wurde durch die Verfilmung seines Buches Mephisto. Aber es gibt eben auch ein sehr beeindruckendes biografisches Werk von ihm, seine Autobiografie mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Wendungen bis hin dann zu seinem Suizid in den Nachkriegsjahren. Also das war eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte, die für mich zuletzt sehr, sehr wichtig war. Das war eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte.